Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Ihr Gastgeber, Regis Feldman. Lesen Sie zu erfüllen uns unsere neue Unternehmen. Von San Diego, Kalifornien, Albrecht Zimmermann. Von San Jose, Kalifornien, Heinrich Jacobi. Von Portland, Oregon. Denkwert, Kindelmüller. Und von Wohlen, Deutschland, Albert Einstein. Was? Herrnehmer, willkommen in die Zeigen. Bitte mal halten! Hier ist unsere erste Frage. Führen Sie die Aufgabe in der schnellsten Zeit? Was ist High auf 100 Decimelstellen? Do! Deine Zeit ist um! Wer hat es in der schnellsten Zeit? Albert Einstein! Ich bin hier gekommen. Ich bin hier. Gott, bin hier. Ich bin froh, dass Sie sind hier. Erste Fange für 100 Euro, Wem war kein hübsches Baby? A. Miley Cyrus, B. David Hasselhoff, C. Snoopy oder D. Albert Einstein. Das ist so unhofflich, ich werde antworten, ja, ich werde antworten, der Albert Einstein. Oh, tut mir leid. Das ist richtig. Zeit ruhig, Zeit ruhig. Nächste Frage für 300 Euro. Richtig oder falsch? Albert Einstein nicht war schlecht in die Mathematikers in der Schule. Falsch. Verschulde mich. Ich entwerte die Theorie der Relativität. Falsch. Das ist ein Falsch. Das ist richtig. Zeit ruhig, Zeit ruhig, Zeit ruhig. Halten! Nächste Frage. Nach diesen Nachrichten werden wir gleich wieder zurück. Nächste Frage für 1000 Euro. Wenn war beliebt bei den Frauen? A. Justin Bieber, B. Justin Timberlake, C. Albert Einstein oder D. Pee Wee Herman. Erinnern Sie sich ein paar Rettungsleinen? Ja? Ja. Kann ich Rufen meiner Frau beleben? Nein! Natürlich. Einen Moment, bitte. Waren wir ihr anrufen? Hallo, mein Leber. Hallo! Hallo! Ich rufe aus, wer wird Millionär? Und Albert hat eine Frage. Sie antworten müssen. Hallo! Hallo! Hallo, mein Leber. Hallo! Hallo! Wem war beliebt bei den Frauen? A. Justin Bieber. Was? Wer ist Justin Bieber? Anruhe! Anruhe! B. Justin Timberlake. Eine Sekunde! Nein! Nein! Die Zeit ist um! Ich glaube A. Justin Bieber. Will er antworten? Oh, tut mir leid. Die Antwort ist C. Albert Einstein. Nein! Doch! Auf Wiedersehen und gute Nacht! Und wer wird Millionär? jongerérieur. Nein! Daher bähigt halt! Daher bähigt. Masmanuel. Untertitelung des ZDF, 2020